Meine, mein Charakter hat schon gekackt gerade Gekackt? Ja, wie kackt hier WTF Kannst deine Kacke auch aufpringen Wild Male Dilo WTF Alter, der greift mich ja an Was macht der Wichser? Der soll sich mal verpissen Muss mein Leben Alter, das kleine Viech wackt mich ab Ja, das sind die, die mich auch gerade fertig gemacht haben Alter So ein Wichserviech, man So, hallo und herzlich willkommen in der Welt von ARK Wir haben jetzt gestern schon mal angefangen, da Mike und ich Und werden heute nochmal eine große Session hinterherziehen Dennis wird auch wieder dabei sein Ich bin jetzt gerade ein bisschen auf der Jagd Ich will ein paar Dodos töten Da drüben sind auch schon welche Aber da sind ziemlich viele auf einem Haufen Generell bin ich ziemlich beeindruckt bisher von dem Spiel Ich hoffe, der tut mir jetzt nichts Bei dem bin ich mir nicht so sicher Es wird auch gerade dunkel, ich muss aufpassen Es gibt übertrieben viele Möglichkeiten Es ist im Prinzip Einfach gesagt eine Mischung aus Rust, Forest, Stompingland Und was weiß ich nicht noch alles für Survival Games Treffe ich den? Ich habe ihn getroffen Und ja, es ist bisher besser als all die Spiele eben Aber ich will jetzt auch noch nicht zu viel versprechen Es ist halt auch noch eine Alpha Aber von der Umsetzung bisher Wohl auf jeden Fall Einiges besser als die Die jeweiligen genannten einzelnen Spiele Das Bausystem ist auch ganz cool Und das ist halt krass Also man fängt ja wirklich bei Null an Und das geht dann bis zu irgendwelchen Feuerwaffen Und was weiß ich noch alles Auf jeden Fall vielversprechend Jetzt wird es auch gerade dunkel Ich will auch jetzt das erste Video gar nicht so lang machen Ich zeige euch mal gerade noch Unsere bisherige Hütte Es ist schon ziemlich dunkel Habe ich eine Fackel dabei Ja, habe ich Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben Was ihr denn sehen möchtet Ich will auf jeden Fall Noch ein paar Beginner Guides machen Weil es am Anfang doch recht schwer ist Bis man mal den Einstieg gefunden hat Also hier ist unser Haus Das sieht ein bisschen verkrüppelt aus Das ist mit dem Dach ein bisschen scheiße gebaut Ich weiß nicht, ob ich das noch ändern werde So, ich gehe mal rein Hier werden wir auf jeden Fall noch ausbauen Und jetzt gehen wir mal in unsere Gemütliches Trautes Heim Hier haben wir ein Feuer Da packen wir mal eben ein bisschen Holz rein Dass wir es hier ein bisschen gemütlich haben Hier schläft gerade der Mike Ist auf jeden Fall vielversprechend Schreibt in die Kommentare Was ihr gerne sehen würdet Oder was euch interessiert Ja, und dann sage ich mal fürs erste Mal Ich hoffe, ihr freut euch aufs Let's Play Und danke fürs Einschalten Drückt doch einen Daumen hoch rein Wenn ihr mehr davon sehen wollt Jo, bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao